Die First Select Finance GmbH ist spezialisiert auf ein umfassendes Financial Planning und das daraus resultierende Vermögensmanagement. Seit nunmehr 15 Jahren gehen die beiden Gründer Jürgen Overmeyer und Thomas Koch einen gemeinsamen Weg in der Beratung von gehobenen Privatkunden. Finanzplanung und der unabhängige Blick auf das gesamte Kapitalmarktuniversum ist nach unserer Überzeugung der einzige Weg, auf Veränderungen in der persönlichen Situation und zunehmenden Komplexität der Finanzwelt zu reagieren. Die Vergangenheitserfahrungen in leitenden Funktionen verschiedener Großbanken bestätigt die Auffassung, in dieser Form auch künftige Krisen meistern und Chancen nutzen zu können.